Wir befinden uns hier auf der Gamescom 2015 in der Halle 10.2 bzw. unter uns 10.1. Hier in der 10.2 sind unter anderem neben dem Hauptthema Family & Friends die Modellbauer, die gerade sich hinter dem Kameramann befinden, anzutreffen. Ansonsten haben wir zusätzlich auch noch die Retro-Games, alte Spiele in verschiedenster Art und Weise können hier nochmal gespielt werden. Und unter uns ist dann die 10.1, wo noch Hardware-Entwickler sind oder auch Gaming-Hardware wie Stühle, Produzenten, Alternate ist da. Dann die verschiedenen Bühnen von YouTube, also YouTube Gaming und auch Let's Play Meets Gamescom und die HTC Vive könnt ihr unten antesten. Ja, das ist so weit aus Halle 10. GW2-Community.de und Tour auf der Gamescom 2015. Musik Musik Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.